Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, so kurz vor den Feiertagen würde ich mich am liebsten nur mit einem fröhlichen Weihnachtskuss an Sie richten. Der kommt auch noch. Heute geht es aber um das Thema, das uns alle seit nunmehr fast zwei Jahren beschäftigt. Die Corona-Pandemie. Die Omikron-Variante ist besorgniserregend. Laut Expertenrat der Bundesregierung ist sie ansteckender als andere Virusvarianten. Sie verbreitet sich schneller und der Impfschutz lässt schneller nach. Auch hier in Augsburg gibt es bereits erste Verdachtsfälle. Deshalb müssen wir als Stadtgesellschaft uns jetzt, gerade mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage, noch einmal in gemeinsamer Verantwortung üben. Bitte meiden Sie größere Zusammenkünfte und lassen Sie sich testen, bevor Sie zu Treffen mit Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis aufbrechen, auch wenn Sie geimpft oder genesen sind. Nur so schützen Sie sich und Ihre Liebsten. Wo können Sie sich über die Feiertage kostenlos testen lassen? Ohne Termin im Testzentrum in der Maximilianstraße, bei der Hauptfeuerwache in der Berliner Allee, bei den freiwilligen Feuerwehren Inningen und Bergheim und bei diversen privaten Anbietern und mit Termin im Testzentrum an der Messe. Außerdem impfen wir auch an den Feiertagen ohne Termin im Impfzentrum. Wer noch gar nicht geimpft ist oder noch keine Booster-Impfung erhalten hat, bitte ich erneut, zögern Sie nicht, nutzen Sie das Impfangebot. Das ist der einzige Weg aus dieser Pandemie. Ab 28.12., also ab kommendem Dienstag, gelten verschärfte Corona-Regelungen. So haben es Bund und Länder beschlossen. Private Treffen von Geimpften und Genesenen sind drinnen wie draußen nur noch bis maximal zehn Personen erlaubt. Für private Zusammenkünfte, an denen nicht geimpfte oder nicht genesene Personen teilnehmen, gilt auch weiterhin, dass sich lediglich Angehörige des eigenen Hausstandes sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstandes treffen dürfen. Kinder bis zur Veränderung des 14. Lebensjahres sind ausgenommen. All diese Regeln gelten ausdrücklich auch für die Silvesternacht. In dieser gilt in Augsburg zudem ein Ansammlungsverbot an zahlreichen Straßen und Plätzen im Innenstadtgebiet. Alle aktuellen Informationen können Sie wie immer nachlesen unter www.augsburg.de-corona. Seien Sie versichert, die Stadt Augsburg und insbesondere die Test- und Impfzentren und unsere Krankenhäuser sind vorbereitet. Wir haben das betriebliche Notfallmanagement ausgelöst, um sicherzustellen, dass die kritische Infrastruktur funktioniert. Ich weiß, dass diese Nachrichten ermüdend sind und die Pandemie einfach erschöpft. Ich hoffe sehr, dass Sie trotzdem die anstehenden Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten genießen und Kraft tanken können. Halten Sie durch und bleiben Sie gesund.